Einen wunderschönen guten Abend. Es steckt mir noch in den Knochen und ich sage jetzt schon mal, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das auch erlebt habt. Das war jetzt für mich wirklich hier ganz neu in dem Tesla Model 3, Baujahr 1222. Das habe ich so noch nicht erlebt und jetzt ist es tatsächlich zur absoluten Vollbremsung gekommen und zwar zum Stillstand. Normalerweise habe ich es schon mal gespürt, dass er mitbremst oder dass er auch eine Bremsung so leicht einleitet. Aber dass er jetzt so reingrätscht und das Auto zum Stehen kommt, das habe ich noch nicht gespürt. Also ich zeige euch jetzt die Situation, die habe ich direkt aufgenommen und ich habe dann auch hier eine Meldung reinbekommen. Notbremsung wurde eingeleitet und dann hat er dermaßen reingeknallt. Ich bin also jemand hinterher gefahren und derjenige vor mir ist zum Kreisverkehr gefahren und hat am Kreisverkehr dann halten müssen, weil er nicht reinfahren konnte in den Kreisverkehr. Und ich kam dann direkt dahinter. Okay, ich gebe zu, hatte die Situation aber unter Kontrolle, bin ziemlich dicht aufgefahren und habe währenddessen, weil ich gesehen habe, er kann eigentlich jetzt reinfahren, auch schon mal wieder ein bisschen Strom gegeben, um dann auch direkt auch hinterher reinzufahren. Aber das hat er anscheinend nicht so toll gefunden, weil er dachte, ich fahre wahrscheinlich auf. Und in dem Moment hat er mir unter meinem Fuß regelrecht das Bremspedal weggezogen, also ich sage es mal von der Seite, das wäre Bremsen. Und dann hat er mir das weggezogen unterm Fuß und hat gebremst in die Richtung hier und es ist unter meinem Fuß weggegangen. Also mein Fuß war selber gar nicht mehr beteiligt. Und dann stand ich. Also das sieht man auf dem Video sieht man jetzt nicht so vielleicht doll oder spürt es vielleicht nicht so doll, aber bei mir hat es jetzt richtig reingeknallt. Aber trotzdem mal eine positive Erfahrung, um im Notfall hier wirklich dann gewappnet zu sein, dass man sich darauf verlassen kann, dass er die nicht nur einleitet, sondern dass er die jetzt wirklich volles Rohr reinhackt und das Ding hier zum stehen bringt. Also das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ich zeige euch mal ganz kurz die Situation. Hier geht's los. Das ist die Situation, wo ich also demjenigen hinterherfahre und komme dann praktisch an den Kreisverkehr und fahre ziemlich dicht auf und gebe noch Strom währenddessen, der steht. Und in dem Moment hat er dann die Vollbremsung eingeleitet. Und dann zeige ich auch euch noch mal die den Warnhinweis. Den kann man ja auch noch mal abrufen. Und jetzt fahre ich also auf und da hat er jetzt gar nicht gebremst. Was war das jetzt? Oder war das der nächste Kreisverkehr? Es kann sein, dass das der nächste war. Ui. Dann bleiben wir jetzt einfach mal dran. Dann war das jetzt zu weit zurück. Da muss ich mich jetzt entschuldigen. Das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass ich so lange hinter dem Meer gefahren bin. Können wir aber mal laufen lassen. Ist ja kein Problem. Das ist dann der nächste Kreisverkehr. Hier in Funkstadt bei uns, in Darmstadt. Und jetzt Achtung. Jetzt bremst er halt und ich fahre auf. Hat er aber alles unter Kontrolle. Und fahrt ziemlich dicht auf. Und jetzt hat er die Bremsung eingeleitet. Es wackelt ein bisschen auch. Daran konnte man es sehen. Ich zeige euch jetzt noch mal den Warnhinweis. Und dann sind wir auch schon fertig. Dazu geht man ja hier unten auf das Auto drauf. Dann kommt dieser Bildschirm und hier oben auf die Alarmglocke. Und hier sieht man also, ich fahre immer grundsätzlich mit einem Reifendruck, der etwas zu niedrig ist. Und jetzt müssen wir mal schauen. Geschwindigkeitsregler bremst nicht. Das ist das nicht. Das ist das nicht. Das ist das nicht. Sondern das hier ist es. Es war um 18.32 Uhr. Notbremsautomatik wird durchgeführt. Also hier wurde dann die wirklich durchgeführt und hat mich zum kompletten Stillstand gebracht. Also da war nichts mehr zu machen. Und erschrocken habe ich mich jetzt nicht. Aber war eine neue Erfahrung. Habe ich so noch nie gekannt. Also bei keinem Auto. Dahingehend denke ich mir mal, sind wir hier beim Tesla Model 3 immer up to date. Das soll es gewesen sein. Und ein schönes Wochenende. Der Jörg hier aus Darmstadt. Macht's gut. Tschüss. Musik Musik